wir haben montags heißt es kommt wieder World of the Tanks natürlich ich bin kurz noch am Handy gucken während dem Ladescreen so dann könnt ihr natürlich vorspulen je nachdem und wir sind schon wieder raus auf dem Ladescreen also könnt ihr jetzt aufhören vorzuspulen das Internet immer wieder aber ich habe jetzt eine neue Tastatur eine von Logitech angeschlossen endlich mal nach zweiter Folge oder so habe ich es mal gesagt dass meine Funktastatur keinen Bock mehr hat und jetzt habe ich diese Logitech mit Kabel keine kabellose mehr hat nichts wegen Batterie zu tun die von Hammer war echt gut aber sie hat nach erst nur drei mal dasselbe Tastatur drücken endlich mal erkannt dass ich los möchte und die von Logitech ist natürlich Logitech ist eh geil Hammer auch aber Logitech ist eine ganz andere Nummer wieder und Kabel gebunden für Gamer immer am besten dadurch gibt es keine längere Latenz sondern man hat direkt halt hier ähm ja wie soll man sagen man hat halt direkt ähm eigentlich so wie ihn ich gebe Latenz das eigentlich direkt übertragen wird ich meine wenn ich hier gucke was ich hier ach ok ja ich war jetzt vorsichtig wenn wir jetzt mal da überraumpelt ich hoffe nicht und mal ein bisschen weit ausschwellen ok ja ja ich sehe das Problem bekomme ich hier einen Schuss ab mit Sicherheit komm weiter 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 erstellen ja kümmert euch mal drum einmal komplett drehen komm 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 nicht drehen und es zieht gleich ein oh scheiße oh das wollte ich eigentlich machen auch nicht schlimm ich meine das ist ja der ein Kill gut so krass schon wieder gewesen weiter 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 und tot und ich habe keinen Schaden gefressen und die fressen gerade richtig Probleme alter da komm ich hin weiter 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 hey 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 weg bin ich und tschüss dann können sie erstmal gucken Alter ist es euer Ernst bekomme ich noch mehr ich will hier nicht sterben ich habe dort ordentlich was kassiert kann ich mich irgendwie reparieren naja gibt es nur Gas kann ich was schreiben ich bin so sehr Backup in dem Sinn weil das Problem ist wenn ich jetzt noch raus gebe ich bin ich einfach tot und das will ich jetzt nicht zu dem haben sie die ganz gut in Kontrolle soll man können wir mal gucken was wir mal ja wir könnten da ja ich geh mal hin und versuch oh vorsichtig ne ne was machst du ja auf deren Zone zu gehen ne gute Idee dann machen wir das auch oh Gott das ist ganz schlecht oh nein was mach ich denn was mach ich denn was mach ich denn ich mach schon rückwärts bitte nicht ich hab rückwärts gedrückt ich wollte wirklich nicht ach man Leute es tut mir leid naja ich wundert euch jetzt euch hat es trotzdem gefallen vielleicht aber ihr kommentiert wir sehen uns damit dann morgen hoffentlich nicht so in dieser dummheit also tschüss ich warte mal nicht so schön sie ist ich jetzt die auch die die Vielen Dank.